Moin Super Morillos, mein Name ist Sonic und ich herzlich herzlich willkommen zu Repsplay. Wir schauen uns eine weitere Folge von What The Fuck Moments an, vom guten Eyelid. Link zu diesem Video ist unten in der Beschreibung, falls ihr es euch nochmal ganz angucken wollt. LOL, er wirft ihn einfach mit dem Stein ab von da hinten. Teeega, lass uns dann nochmal gucken. Guck mal von wo. Er holt den Stein. Alter, geil. Das war mega, nailed it. Wie er ihm so komplett zuguckt dabei. Never turn your back to your enemies. Oh man, arme Gadget. Okay, was geht hier ab? Oho, oho. Er läuft, er läuft. Und er ist tot. Und der nächste? Fang mau kriegt's ab. Bam. Da, 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 da. Geil. Der fliegende Fang mau. Guckt's euch an, wie geil. Loll, wie er fliegt einfach. Sehr gut. Okay. Rux, was tut der? Oh, 73 HP. Was geht da ab? Reisemodus aktiviert. Geht's im Tower? Hä? Ja, that was close. Was passiert jetzt? Oh, der geht in, der kommt. Teea. Was tut der? Nee. Die Minutes blocken ihn. Alter, geil. Sehr gut. Alter, geil. Die Minutes haben ihn einfach geblockt. Diese alten Memes. Jetzt hat er mal aufzulachen. Gott, please. Gib mir ein paar Kills. Ha, ha, ha. Easy, nigga. Boah, what? Er droppt das N-Word. Was geht ab? Lol. Einfach gewonnen, did it. Leute, das fand ich eigentlich noch geil. Ähm. Als diese Erfahrung quasi auf dem Boden lag. Nachdem man, also ich glaube, man hat einen Teil bekommen. Aber der größere Teil lag auf dem Boden. So meine ich zumindest. Wir können ja nochmal zurückspulen. Ähm. Nee. Guck mal auf seine, seine Erfahrungsbalken. Warte. Doch. Er hat, er hat Erfahrungspunkte bekommen. Aber jetzt liegt da halt der Erfahrungspunkte Batzen noch auf dem Boden. Und die muss er jetzt einsammeln. Das fand ich halt eigentlich ganz geil. Weil das ist so, hat so ein bisschen was wie von Call of Duty. Ähm. Wenn man das mit den Marken spielt. Wer hier Abschluss bestätigt oder wie hieß das. Weil dann kannst du quasi nicht rumcampen. Sondern du musst die Erfahrung einsammeln von den Leuten. Ein bisschen kacke ist es natürlich, wenn es im Tower liegt. Aber man killt ja eigentlich auch selten Gegner, die im Tower sind. Das sei denn, du machst einen Tower Dive. Und dann bist du ja eh eigentlich schon fast drin. Also. So 50-50. Eigentlich ganz geil. Kann ein bisschen blöd sein. Aber ich finde es eigentlich auch eine coole Mechanik. Also die hatten schon sehr geile Mechaniken früher. Aber ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass. Die Games heutzutage. Also. Ich will nicht sagen, dass die Menschen immer dümmer werden. Aber. Games müssen heute so einfach sein. Dass sie jeder Affe verstehen kann. Und je mehr Mechaniken in so einem Game drin sind. Desto schwerer ist es zu verstehen. Weil Leute wollen ja auch manchmal Casuals spielen. Und die Leute geben ja auch Geld aus. Wenn du die aber alle vergraulst. Und dann zu wenig Spieler da sind. Dann stirbt das Spiel so langsam aus. Deswegen müssen es halt Casuals spielen können. Und Hardcore Gamer. Und das ist halt die Schwierigkeit bei so einem Spiel. Meiner Meinung nach. Wie seht ihr das? Okay. Was geschieht? Die werfen alle ihr Zeug drauf. Okay. Was tut Dekka? Kriegt einen Stun. Wirft einen Stun. Oha. Was macht denn der Stil? Lol. Dekka. Wo läuft denn der Stil hin? Und Stun. Dekka. Hau einen Stun raus. Lol. Die Dekka hat sich den Stil geschnappt. Sie lebt aber noch. Und jetzt. Jetzt Cajun. Jetzt Cajun. Oh lol. Da ist wieder einer tot. Ah jetzt. Jetzt ist er aber. Ne. Warte. Ey. Schon wieder. Die sterben jetzt alle. Weil die Agro haben. Okay. Aber Dekka lebt noch. Ne. Die läuft wieder rein. Und der andere will oben durch. Okay. Da kann sie jetzt nicht hin wegen den. Ach du Scheiße. Da kommt sie nicht mehr raus. Sparrow tot. Rampage. Droppt den Stein. Trifft nicht. Alter. Wie kann denn ein Supporter. Der eine Tower verteidigt. Gegen ein ganzes Team. Alle Kills holen. Das waren jetzt vier Kills oder so. Oder? Geil. Oh. Oh was geht ab? Oh. Der wollte gerade zurück teleportieren. Was ist das? Was ist das? Geil. Sein Blick, Alter. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Geil. Stell dir vor. Du machst nur den Shop zu. Und auf einmal seht ihr das. Was ist das? Ist das geil. Es ist einfach Sparrow von hinten. Es ist Sparrow von innen. Besser gesagt. Was ist das? Der Arme, Alter. Ich will dich finden. Und ich will dich töten. Geil. Okay. Hä? Was ist denn da los? Hä? Auf was schießt der? Nein, der ist ein Haul zu oben. Was? Okay. Ja, krass. Gut, liebe Leute. Falls ihr mehr sehen wollt. Ihr wisst, wo ihr draufklicken müsst. Hier an der Seite ist es. Falls ihr Clips habt, schickt mir die gerne zu. Und unten in der Beschreibung der Link. Da findet ihr meinen TikTok. Da lade ich auch mal ganz viele Predecessor-Sachen hoch. Facts zu Paragon und so. Alles rund um das geile Game. Schaut da mal vorbei. Lasst ein Follow da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Stay Pam. Ciao.